Hier ist noch komischer Stein. Haben will. So. Dann komm ich wieder hochgekraxelt. Dann kümmere ich mich nämlich jetzt um den Rest. Guck mal was man so noch machen kann. Wir müssten halt mal gucken, ob wir unseren Reaktor in Betrieb nehmen können, weißt du? Ja, genau das ist nämlich die Frage. Wird er nämlich schon mal anfangen, das Reaktor-Häuschen zu bauen? Ja, aber wie gesagt, nimm diesen Reinforced Stone, das ist glaube ich echt besser. Wie baut man den? Ich guck mal nach. Du brauchst dieses Metall, was aus mehreren Metallen gemacht wird. Das ist das Mixed-Ding, ja. Und daraus machst du dann so ne Platte, indem du die in diesen Kompressor tust, glaube ich. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, leider. Ich glaube in diesen Kompressor musst du das tun. Reinforced Stone. Ja, wow. Advanced Alloy und Stone. Advanced Alloy machst du aus diesem... Mixed Metal. Genau. Reinforced Iron. Bronzer brauche ich. Bronzer? Echt? Bronzer? Echt? Hallo. Wer bist du denn? Ach, tot bist du, okay. Copper Dust, Pulverized Copper. Wie kommen wir mal denn an, Pulverized Copper? Ja, Copper Dust ist einfacher, glaube ich. Du musst, glaube ich... Ja, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, muss mal gucken. Wir brauchen den Pulverisierer. Und, äh... Ne, nimm nicht Pulverized, nimm, nimm Dust. Das ist einfacher. Wir können aus einem einen Dust machen, indem wir das in den, äh... Mac... Macerator tun. Ich hab gar keinen Platz beim Inventar, oh mein Gott. Copper Dust und... Zinn und... Och. Ey, unser Strom ist alle, ne? Ja, passiert auch. Egal, hab schon wieder einen Stack rein. Hab gerade schon zwei Stacks wieder gesammelt. So. Unser Zinn. Da, Zinn. Zinn? Äh... Wir haben auch hier ganz viel. Zinn, Copper... Alter, wie viel Copper haben wir? Ja, viel, ne? Warte, brauchst du noch Zinn gerade? Oder nicht? Ja, Pulver halt. Ach, Zinn, Zinn... Äh, Pulver, da, bitte. Danke. Und Copper, Pulver. Hab ich keins. Guck mal was. Guck mal was. Guck mal was. Dass du ne Messerator kriegst. Ne, lass das doch mal. Wir nehmen erstmal das. Ich hab jetzt nur zwei gerade. Aber mach... Ja, du hast doch auch noch welche. Hast du... Hä, du hast doch viel mehr. Hm. Hast du nicht... Wir hatten dich alle schon hier. Ne, du hast doch eben was gefunden in der Höhle. Nicht nur einen Block, oder? Wir hatten dich alle hier in die Kisten gepackt. Achso, ja, warte, lass mich nochmal gucken. Da, zwölf Stück. Ja. So. Wir wollten... Wir müssen sie so oder so verdoppeln. Wofür brauchst du jetzt den Copper, das nochmal? Was wolltest du nochmal machen, genau? Bonk, so. Und wofür wolltest du das machen? Für dieses Reinforced Stone Zeug. Das ist auch nicht so wichtig im Endeffekt. Ich dachte nur, das wär... nicht so schwer. Ach, Bronze braucht man dafür. Reinfor... Ja, das ist eigentlich das... Ey, da brauchst du mal richtig... den mittleren Raum machen, wo der... Ey, aber warte mal. Das ist, das ist aber richtig unnötig, weil du... Guck mal. Du kriegst aus, äh, neun... Aus neun, äh, Eisenbar... Aus neun so Barren, kriegst du zwei Dinger raus, ne? Ja, komm, lass mal das. Wir machen das aus normalem Stein. Und du brauchst eins für acht Steine. Von denen... Also brauchst du... Aus neun Blöcken machst du 16... Ne, das ist voll unnötig. Da könnten wir Obsidi annehmen, das geht schneller. Ja, okay, wir nehmen normale Steine. Die Diamantspezacke hier an die goldene Truhe, ne? Okay. Äh, warte, diese Shards machen wir in die linke Truhe, ja? Ja, ja, mach. Äh, und dieses Nikolite und sowas auch. Das hab ich so entschieden. Muss mal gucken, dass ich hier... Gibt sogar ne reinforced door. Okay. Okay. Ja, die wird doch wahrscheinlich von Zombies nicht so leicht kaputt gemacht. Das wär eigentlich voll gut. Die wird gar nicht kaputt gemacht. Echt? Ich glaub, die ist extra gegen Explosionsschutz und sowas. Okay. Steck als ne Eisentür. Ja. Hört sich jetzt erstmal nicht schlecht an, ne? Halt so ne Bunkertür oder sowas halt, ne? Ja, sieht wahrscheinlich nicht so geil aus, aber... ... erfüllt ihren Zweck. Eisentür nur in dunkel. Achso. Ja, okay. Geht. Ähm... Soll ich schon mal diese Kohle kaputt machen? Wie macht man das? In den Meserator. In den Meserator? Okay. Ich dachte jetzt, man müsste das vielleicht in den, ähm... Extractor tun oder so. Was passiert denn da? Geht gar nicht. Okay. War grad der Strom aus? Oder hast du grad Steine hier rausgenommen? Äh, weder noch. Oder doch, ich hab elf Steine im Inventar. Ja, doch, kann sein, dass ihr irgendwelche raus habt. Sorry. Sorry. Hat mich grade gewundert. Äh, warte, ich mach die hier in die Kiste. Ist jetzt schon fast ein Stack drin. Äh, aber wir brauchen vor allem erstmal mehr als diesen einen Kühler, ne? Ja, ja. Wo ist denn der Kühler hin? Warte mal, hä? Ich hatte doch nen Kühler. Der ist, der ist in der anderen Kiste noch. Ach, da ist der. Komponent Heat Vent. Ich glaube, das war der Richtige, ne? Also wir haben jetzt ja auch nur einen, aber ich hoffe, das war auch der Richtige, um damit das Zeug zu kühlen. Äh, denkst du normaler Stein oder diese komiken Bricks? Ja, normal, das sieht doch keiner, oder? Nö, doch, wir machen das ja überirdisch. Ne, das ist kein Kühlturm, sondern das wird jetzt erstmal das Standardgebäude, wo wir das ganze Zeug drin haben. Ach, das wirst du überirdisch machen? Achso, ich dachte wir wollten nur die Kühltürme überirdisch. Willkommen auch. Ja, ne, dann lass uns mal so ein... Ich wäre dafür, dass wir das unterirdisch machen, aber dann so einen kleinen grauen Schornstein so nach oben. Dass man sieht, dass das so was ist, aber so gar nicht ahnt, was das so... Dass das so ein riesen, riesen Atomreaktor unterirdisch ist. Ja, mal gucken. Wie sieht so ein Ding denn aus? In echt? So ein Kühlturm. Ja, guck mal, man muss doch irgendwie dann... Wenn man das jetzt im kleinen... Rund, erstens rund. Und... Und... Oben ist der... Ähm... Bisschen dünner als unten. Na, gar nicht so... Ich bin nicht im Game und das ist scheiße. Ja, lass das mal. Wir machen da... Mach... Mach erstmal das richtige Gebäude, meinetwegen machs überirdisch wie du willst, aber mach das erstmal. So halt, ne. Dass der so einmal so einen Bogen so nach oben geht. Hä? Wenn man das jetzt als kleine Version haben würde... Ach, egal. Ich mach halt. Rund. Also erstens rund. Und oben ist der dünner als unten. Ja. Der Turm. Also... Dünner zulaufend immer. Ja. So ein bisschen geschwungen, aber... Ach, keine Ahnung. Guck dir das mal bei Google Bilder an. Ja. Äh... So, warte. Ich mach mal die Kohle jetzt rein, damit wir das mal testen können. Wie viel soll ich machen? Halber Stack oder weniger? Äh... Halber Stack reicht, ja. Ja, da ist nochmal 64 raus. Okay. Ja. 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 Wie macht man daraus nochmal Dias? Ähm... Ja, überkomplizierten Weg. Ja, erklär mir den mal kurz, dann kann ich schon mal anfangen uns testen. Guck einfach... Guck dir einfach an, wie Diamanten gemacht werden. Ey, das finde ich ja nicht. Also, das kann man ja nicht nachschauen, glaub ich. Doch, mit R. Auf Diamant. Okay, Shaped Crafting. Ja. Äh... Shapeless... Ey, warte mal, du kannst aus... Vier Gold und einem Minion Stone einen Dir machen, ne? Ja, 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 aber diesen Minion Storm, der braucht Ewigkeiten, bis wir den kriegen. Ja, okay, ich stelle auch. Äh, guck mal, guck mal bei Kompressor. Martyr Smelting... Powered Furnace... Pulverizer... Sawmill... Warte mal. Äh... Du machst aus einer Jukebox... Achso, okay, gut, du splittest das auf. Ja, okay, vergiss das. Äh, Kompressor, genau. Coal Chunk, machst du ein Dias draus. Coal Chunk kriegst du über... Acht... Compressed Coal Balls... Und ein Obsidian. Okay, und acht Compressed Coal Balls kriegst du über... Normale Coal Balls. Und das kriegst du über acht Kohle, das sind ein Flat. Okay, das ist halt... Du brauchst halt richtig viel Kohle. Aber sonst... Du brauchst acht Kohle, um einen Ball zu machen. Und acht mal acht ist ein Stack. Du brauchst ein Stack für einen Dias, ne? Was? Ein Stack Kohle für einen Dias. Ja. Ist viel, aber eigentlich okay. Wenn man zu faul zum Farmen ist. Ich meine, wir haben auch ein paar Dias hier. Ja. Ich geh mal ganz kurz... Aufnahmen beenden, weil ich guck mal kurz, wie so'n scheiß Kühlturm aussieht. Okay, das machen wir einfach so acht drumrum und einen Flint in der Mitte. Wie denn so'n Kaktüür-Kühlturm aus hier. Es wundert mich grade echt, dass du das nicht weißt, wie das aussieht. Ja, ich kann nicht... Äh, ich weiß schon, wie die Dinger aussehen. Ich bin mir aber grade nicht zu hundertprozentig scharf. Haben wir einen Kompressor schon? Der angeschlossen ist im Moment. Ja, so hatte ich die auch in Erinnerung. Äh, wo ist denn hier ein Kompressor? Wir haben keinen. Ja, doch. Das ist das dritte Mal durch die Zeit, wo der Kompressor steht. Wo denn? Das Ding... Das Ding vor dir. Das ist ein Kompressor. Das ist ein Extractor. Seit wann ist das ein Extractor? Seit ich das irgendwann umgetauscht hab. Boah, toll, boah. Deswegen frag ich doch grade, wo der ist. Den haben wir keinen mehr. Doch, ich hab das ja nicht kaputt gemacht. Du hast wahrscheinlich in deinem Inventar. Nein. Haben wir für den Reaktor einen Kompressor gebraucht? Nee. Eigentlich nicht. Wofür braucht man denn alles einen Kompressor? Kann es sein, dass da irgendwie despawned ist oder so? Nee, warte mal. Wofür braucht man alles einen Kompressor? Braucht man für... Ich glaube... Sekunde. Ich glaube, ich habe den Kompressor benutzt für den Recycler. Kann das sein, dass man dafür einen Kompressor braucht? Ja. Ja, sorry, habe ich benutzt. Habe ich kaputt gemacht, Schamba. Ähm... Ja, ja. Okay, 8 Refined Iron... So, ich bin jetzt erstmal draußen rumgelaufen. Wir haben gerade festgestellt, dass wir keinen Kompressor mehr haben. Achso, oh, fuck, du hat es ja nicht aufgenommen. Ja, sorry, gar nicht dran gedacht. Ja, ja, ist vollkommen egal. Habe ich selber gerade nicht dran gedacht. Okay, also, wir brauchen wieder Kabel. Und Redstone. Oh Gott. Immer diese Arbeit. Das sollte mal automatisch gehen. Das wäre viel geiler. Ja, wir programmieren uns natürlich. Die baut uns alles. Die baut nicht alles. Die macht... Die lebt für uns. Die Maus ist gerade voll am Abspacken. Ähm, so. Redstone. Und... Refined Iron. Was... Wieso haben wir eigentlich immer Iron, aber nie Refined Iron? Sechs Stück, ja super. Reicht nicht. Scheiße dir, was ich gerade mache. So, und vor allem hier haben wir doch... Da haben wir noch ein bisschen drinne. Alles gut. Ähm, nein. Zack, 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 zack. Zack, zack. Okay. Ich baue grad voll. Scheiße. Also erstmal... Ein... Maschinenblock. Ähm, die Kabel... Wofür ich da kein Gummi hab. Oder haben wir noch Kabel übrig, weißt du das? Äh, ich hab keinen. Ne, ich hab keinen. Ne, ich auch nicht, glaube ich. Wir haben auch nicht mehr viel gehabt, ne. Ja, okay. Äh, dann mach ich nämlich grad welche. Wir haben eh noch so viel Copper. Aber wir haben nicht so viel Rubber, ne? Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir das nicht, äh, aus den Augen verlieren. Dass wir da am Ende nix mehr haben. Äh, Redstone natürlich. Klar. Zack. Äh, lass bitte mal die Steine brennen, wenn's im Ofen sind. Äh, ja, ich baue so nur ganz kurz Refined Iron, sorry. Äh, kannst mir sechs, kannst mir sechs saubere Steine holen. Also Cleanstone. Hab ich nämlich eben alles in die Kiste gepackt, was ich da hatte. Danke. Und damit haben wir den Kompressor wieder, dann teste ich das jetzt mal. Dann tu ich diesen Ext... Wofür hatten wir den Extractor nochmal gebaut? Ähm. Das war, das hatte nur einen Zweck. Das war um das Rubber, um, äh, mehr Rubber zu haben. Oh, ähm, ich hab den... Oh fuck, der Extractor geht kaputt, wenn du den abbaust. Na, scheiß drauf. Wir haben jetzt unseren Electronic Circuit verloren und vier Tree Taps. Was ist hier? Wir haben jetzt nur noch einen Maschinenblock, egal. Mal. Ähm, so. Äh, und da tu ich jetzt das rein, das wird dann komprimiert. Wird's jetzt Nacht, ey? Komm, ich bin grad am Bauen hier. Okay. Okay. Okay, okay, okay.